Schwarz Design ist Ihr Planungs- und Designbüro aus Hamburg für ebenso zeitgemäße wie zeitlose Gestaltung. Von der Innenarchitektur bis zum Hochbau entwickeln wir für Bauherren sinnvolle Lösungen, die finanziell bezahlbar, aber dennoch hochwertig sind. Ob Lichtplanung oder Möbeldesign, wir lassen uns von den Ursprüngen der Handwerkskunst und der Idee eines einheitlichen Gestaltungsprinzips inspirieren. Spezialisiert sind wir auf Altbausanierung und Gebäudeerweiterungen, oft im Zusammenwirken mit Denkmalschutz. Unsere breit gefächerten Aufgabenfelder ermöglichen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, auch für Ihr Projekt.